Anschwung für frühe Chancen. Was heißt das? Mal überlegen. Ein Kind wird geboren. Ob es Aljoscha, Michi, Maxi, Elif oder Malz heißt, es will lernen. Die Welt erobern ist einfach neugierig, sucht sich seine Themen und beschäftigt sich damit. In jedem Kind schlummern Stärken und Begabungen. Kinder können alles Mögliche werden, wenn man sie lässt. Sie begleitet und ihnen Wege zeigt, Zugang zu Wissen und Entwicklung eröffnet. Wer Unterstützung in den frühen Jahren erlebt, der wird unabhängig von seiner Herkunft ein starker Mensch, hat Lust am Lernen, wird ein Mensch, der die Gesellschaft mitgestalten kann. Wäre es nicht wunderbar, wenn alle Kinder diese Erfahrung machen könnten? Freude am Weiterkommen, Lernen, Erkunden, Erforschen, Ausprobieren. Ja, da sind sich natürlich alle einig. Aber das wirft auch viele Fragen auf, denn in der Praxis ist es oft nicht ganz so einfach. Wie soll man die individuell optimale Förderung bewerkstelligen? Was ist überhaupt gute Bildung in den ersten Lebensjahren? Und wer bezahlt das? Wer kann das umsetzen und was muss man dafür können? Wie erreicht man gerade die Kinder, die Unterstützung brauchen? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Oder haben Sie noch ganz andere Fragen? Oder haben Sie Ideen, wie es gehen könnte? Es wird Zeit, Ihren Schatz an Wissen zu sammeln und zu nutzen in Ihrer Gemeinde. Dafür bietet das Programm Anschwung für frühe Chancen Service. Ein Prozessbegleiter, der dabei hilft, dass Sie Ihr Wissen zusammentragen, ein klares Ziel formulieren und gemeinsam daran arbeiten. So entsteht Schritt für Schritt eine Gemeinde, in der Kinder erleben, dass sie in Türen offen stehen und sie Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Wollen Sie so eine Gemeinde werden? Dann kann Ihnen das Programm Anschwung geben. Saison. Lang ist пог terror. Schwung sagt Dürken we discovers, wenn Sie ein Spiel extrem- le starts an in der Korte auf memorable ist und Pentate zu sehen. Was ist wirklich direkt, damit Sie sich st cambiar, überhaupt nicht beant disappointed sind,